Meine Güte, heute ist ja Hochkultur hier. Moment, ja. Meine Güte, also das ist jetzt mal echt hart. Wie viele Leute hier nicht anrufen, heute. Das ist echt schon Weltrekord. Nein! Nein, jetzt hab ich den da hingepflanzt. Das geht immer so schnell. Hm. Ich hätte ja so gerne... Ach, wie gerne hätte ich eine Eisen-Axt. Das dauert drrr, drrr. Klopp fertig. Klopp fertig. Ja, genau, ich will das noch mit meiner Hand ab. Aus, hm, ah, eh, ah, 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 ah. Oh, das tut mir weh. 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 Und so, jetzt brauche ich erstmal ein Crafting-Tablett. Habe ich nicht noch einen? Ach nee, der steht ja in meinem Haus. Nein, war nicht übertrieben viel hier. So. Habe ich hier noch ein paar Stick- Xis. So, 20. Reicht. Und wo ich stein, da habe ich stein. Einmal schwupp und schwupp, schwupp, schwupp. Eine Stein-Axt, und eine Stein-Schaufel. Und dann noch was. Und dann noch was. Bumme-Dip-Pip-Pip-Pip-Pip-Pip-Pip. Interessant. Wer hier so übrig bleibt. An. Sachen. An. An was bleibt es denn übrig? An Sachen. Ach so. Sachen, als es die noch gab. Ach, was waren das für Zeiten, als es noch Sachen gab. Es gibt ihn heutzutage für Dinger. Dinger hoch. Ich habe mich meine Blicke getäuscht. Und mich haben meine Blicke getäuscht. Oh, ein sehr schöner Baum. Ohne irgendwelche großen Verwurstungen. und Verwachsungen und solche Bäume. Da bin ich doch Freund von. So, also das hier macht ja sehr viel Spaß. Bisschen Bäume abholzen. Wachsen ja eigentlich wieder nach. Diese kleinen Stimmelchen. Weiß es nicht. Ich hoffe ja. Nachher noch irgendwann, wenn wir so ein großes Haus haben, noch eine Baumschule machen. Ich mag Baumschulechen. Den hatte ich in meiner anderen Welt auch. Sind immer ganz gut. Also ich frage mich, ob die unten wieder nachwachsen. Kann das nicht mehr jemand in den Kommentaren schreiben? Kann dem armen Paupel nicht mehr jemand helfen? Hm, hm, hm. Nein, den nicht. Oh, ich hab so ein Ohrwurm von. Come on, call me maybe. Das ist echt nicht mehr normal. Oh, so gruselig. Wollen wir noch einen. Da haben wir noch einen Baum. Hm. Also, ich frage mich ja echt, wie viele Leute heute bei mir anrufen. Da habe ich ja gerade nicht noch jemanden angerufen. Aber heute rufen so viele Leute bei mir an, das ist echt grausam. So ätzend. 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 T-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts. Hm. Nein. Ich weiß nicht, worüber man labern kann. Wir labern über Bäume. Wer mag Bäume? Also, ich mag Bäume ja. Ohne Bäume wären wir eben ein Abend dran, ne? Gott, das ist irgendwie bescheuert. Ich mache ein Let's Play und ich rede über Bäume. Meine Güte. Aber was redest du bei deinem Let's Play immer? Oh, manchmal rede ich über Bäume, manchmal rede ich über das. Und irgendwie ergibt alles keinen Sinn. Haben wir nicht hier irgendwo Erde? Da haben wir Erde. So. Geh doch mal hier hin. Schrupp und schrupp und schrupp. So. Jetzt bauen wir uns hier mal wieder raus aus diesem letzten Bürger. So, dann baue ich das hier nochmal ab. Ach ja, schön, mit meiner neuen Steinschaufel. Wir haben jetzt ja eine Steinschaufel. Der Triumph. Der Triumph möge unser sein. Ach so, ist nichts mehr. Ich denke, das reicht jetzt erst mal für den Anfang an Holz. Für den Anfang. Den, den, den. Der Anfang. Der Anfang ist ein Adjektiv. Deshalb wird es groß geschrieben. Mist, diesen Gag habe ich schon gebracht. Deshalb ist er nicht mehr lustig. Habe ich diesen Gag bei Rollercoaster gebracht? Ich glaube, den habe ich bei Rollercoaster gebracht. Ach ja, genau. Den habe ich bei Rollercoaster gebracht. Und jetzt gehen wir auf die tolle Wiese. Ganz super Wiese. Nur Berge, sonst gar nichts. Ich habe doch... Ich will doch nur eine Wiese abnehmen. Da hinten schon wieder... Oh Mensch. Hä, wo war das? Ach, da war das. Nein. Nein. Ja. Ja. Ich brauche jetzt gerade mal die Sicht weit, auch wenn ich die nie benutze. So gut wie nie. Und da sieht man echt alles scharf. So ein bisschen schräg. Ein bisschen sehr schräg. Oh, ein Ei. Hallo Mr. Ei. Küb. Ach, das sind jetzt zwei oder so. Das finde ich super unfair. Unnötig. Oh, unnötig. So. Ah, eine schöne Wiese. So, was habe ich doch die ganze Zeit gesucht. Warum gab es das nicht schon vorher? So, und hier wollen wir nämlich mal so ein Haus in Felsen rein. Wie wäre es? Warte mal so, und dann, bam, kommt man hier so rein. Gut. Wenn jetzt dies eine neue Folge ist, heißt diese Folge Hausbau. Das weiß ich jetzt schon. Und ich wette, so wird sie dann noch heißen, wenn ihr sie auf YouTube anseht. Ja, ja, noch dauert das sehr lange mit dieser scheiß Holzspitzhacke hier. Aber wenn ich mir erst mal einen Ofen gemacht habe, ha, 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 dann seht ihr. Eisen. Ich arbeite jetzt mal kurz die Nacht durch. Ich arbeite die Nacht durch. Ich bin ein harter Arbeiter. Oh mein Gott, bist du hart. Du bist so steinhart. Tja, da seht ihr, ne? Diese Holzspitzhacke riecht mich auf, weil das so derart lange dauert. Das ist so langweilig. Kann die nicht mal kaputt gehen? Boah. Geht doch. Danke. Ah, geht schon ein bisschen besser, ne? So, und jetzt bringen wir hier das Ding und das Ding. Da. Und das Ding kommt da hinten hin. So. Guten Morgen. Ach so. Ja, hi Leute. Ähm. Äh, so. Ich weiß gerade nicht, Minecraft ist glaube ich gerade aufgeschmiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall zum Glück haben wir gerade geschlafen, sodass er das hier alles gespeichert hat. Puh. Meine Güte. Ist mir echt noch nie passiert. Dass Minecraft abgeschmiert ist. Die Ding ist wahrscheinlich alle so warm. Okay, hi Leute. Ich muss mich kurz fassen, denn Minecraft wird gleich wieder abschmieren. Ich bastel noch ein bisschen an Minecraft rum. Und ich will... Und ich will... So. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Ja, letztes Mal ist ja uns Minecraft abgeschmiert. Das war ja sehr schön. Äh, äh, Error, Fail, Dingsbum, Schießmicht, Blablabla. War nicht besonders schön. Aber jetzt wollen wir wieder an unserer Mini-Butze hier weiterbauen. Ich dachte, wir bauen die einfach mal so im Fels. Und ich habe mich entschieden auf... Einfach zu spielen. Weil das bockt sich einfach voll auf einfach. Ich hab noch ganz viele Zombies gekillt und... Das sind einfach voll die Opfer hier. Nein. Doch, eigentlich schon, ja. Kann man so sagen. Das klingt jetzt zwar irgendwie fies, dass das alles so Opfer sind, aber... Das ist ja so. So und... So. Ich denke, ich... Hab ich eine Tür? Hallo? Türchen, Türchen? Nein. Ich muss mir mal eine Tür grafen. Und danach eine Truhe grafen. Ein Holztür. Und eine große Truhe machen wir uns draus. So, stimmt. Die kann man erst decken. Ähm. Da, dann baue ich aber nochmal ein vernünftiges Schwertchen. So. Dann tun wir erstmal alles unnötiges Zeug. Brauchen wir. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir im Moment. Doch, brauchen wir. Brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir. Brauchen wir. Komm, lassen wir einfach mal drinnen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir schon. So. Gut. Hüß der Freud. Ähm. So. Äh. Ja. Stimmt. Moment. So. So war das, ne? Ja. Habe ich doch. Habe ich hier schon eine Fackel drin? Nein, das sollte ich mal machen. Ich habe nicht keinen Bock. Also, also ich bin nur bei Nacht, ne? Wenn ich in die Höhlen gehe, dann stehe ich doch mal wieder auf Peaceful. Also, ihr kennt mich ja. Ähm. Was wollte ich jetzt tun? Ich labere zu viel und lenke mich davon ab. Ähm. Ne, 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 ne. Wow, wow, wow. Ich weiß nicht. Ach ja, genau. Übrigens, ich bin nicht alleine. Tja, jetzt ziehe ich dich doch mit ins Gespräch ein. Tja, tut mir leid. Also, mein Kumpel ist heute hier. Sag mal hallo. Wenn du nicht hallo sagst, dann, dann, dann mache ich irgendwas Fieses mit dir. Hallo. Genau. Ein sehr schönes Hallo. Ja, letztes Mal war ja... Ach, ne, ne, Moment. Ne, das sage ich jetzt mal lieber nicht. Das war ja ein ganz anderes Let's Play. Rollercoaster und sowieso. Und... Naja, auf jeden Fall war der Ton halt da nicht gut. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, dann fordere ich meine, äh, hier seinen Nunenten mal dazu auf, etwas sportlich zu sein und ins Mikrofon zu sabpeln. Nein, ich habe kein Holz dabei. Das war aber meine Entscheidung, dass ich so dämlich war und kein Holz mitgenommen habe. So. Hm, 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 komm, machen wir noch so. Dann haben wir genau 20. Das sieht besser aus. Also, die Zahl sieht besser aus. Dann wollte ich mein... Ach ja, genau. Ich wollte eine Druckplatte machen. Da wollte ich die machen, genau. Und das Bett nehme ich mal mit und den Crafting... Das stelle ich hier hin. Ach, passt sogar perfekt rein. Das ist ja schön. Schön, schön, schön. Schicke kleine Munibutze. Vielleicht sollten wir uns hier noch ein Fenster reinmachen, aber wo ist die Frage? Da. Jo. Warum nicht? Ne, Moment, ich habe eine geile Idee, die eigentlich voll beschissen ist, aber egal. So. 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 So und so und so und so. Genau. Und so und so. Ne? Gut, passt. Dann machen wir hier mal so und das hier mal weg. Ich will nämlich einen kleinen Ausguck basteln. Ein Ausguck bin ich... Ich baue das dann doch nochmal lieber zu. So, einen kleinen Ausguck basteln. So. Und dann gehen wir hier noch mehr weiter rüber, noch mehr weiter rüber. Noch mehr weiter rüber. Doppelt gemoppelt. So, dann müssen wir doch noch mal Leiter wieder nach unten Das ist jetzt nur, damit es gut aussieht, ne? Und dass hier damit keine Monster reinkommen Und dass damit auch keine Monster reinkommen Schön einfach hier so reingekloppt Ja, genau Das geht hier natürlich jetzt wieder alles nicht Das war ja klar Ach doch, geht tatsächlich doch Das ist ja mal schön, dass etwas funktioniert Das ist jetzt auch seltsam Und das ist jetzt bald Okay erstmal